Okay Freunde, wir werden heute einfach jemanden, der Skin Contest macht, Streamstipen, schaut mal, hier der liebe Sean YT ist gerade live, er macht Skin Contest mit 29 Zuschauern, das wird richtig lustig. Leute was geht, wir machen Skin Contest um 50 Euro, Leute macht alle mit, okay wir landen alle Frenzy Farm, hier bei diesem Feld, okay hier bei diesem fetten Feld. Okay Freunde, ich bin jetzt in seiner Runde drin, er hat gesagt, alle sollen Frenzy, ich werde direkt eine Kiste öffnen und die direkt killen, mal schauen ob er mich erkennt und wie seine Reaktion sein wird, das wird so geil man, ich bin so geil, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt ein Abo da und ich würde sagen, wenn dieses Video 20.000 Likes bekommt, dann bringe ich direkt morgen das nächste Video von dem Format bei einem anderen Streamer raus, weil zur Zeit streamt jeder Skin Contest. Ähm nicht töten natürlich, weil kein Bock auf Streamstipen und so, weil es regt richtig auf Leute, deswegen hört mal bitte auf, mit Streamstipen ist sowieso unnötig, boah mit meinem neuen Headset, ich sehe ein bisschen raus wie ein Pilot, sei aber ehrlich. So. Ey da hat einer eine Waffe aufgehoben, er ist der Yeti Skin, gebt euch gleich wie ich ein One Pump werde. Keiner nimmt Waffen, halt nehmt, keiner nimmt Waffen, lass die Waffe liegen, bro lass die Waffe doch liegen Digga, ich hab's doch gesehen. Schaut mal er ist hier vor mir, oh mein Gott er ist einfach hier vor mir. Digga, so unnötig Digga, ey man, das ist schon, wir haben nicht mal angefangen, wir haben nicht mal angefangen, direkt gibt's Stress Digga, was, was, Digga, so unnötig man, eine Runde haben nicht mal angefangen. Ey holt ihr mal alle, da ist er in diesem Heubein da, holt ihr mal. Ey das sieht so aus, gebt euch die ganze Situation, eskaliert hier. So unnötig, das ist das Unnötigste. Ey Leute, wir müssen eine Runde beginnen. Okay, erste Runde, er ist schon mal richtig sauer, let's go man. Gibt euch, wie er sich aufregt, so geil man. Ey ich liebe dieses Format, es ist sogar noch geiler als normale Streamsnap-Videos, weil wir ihn einfach jede Runde nerven können. So Müll einfach. Nicht mal, wir haben nicht mal angefangen Digga. Direkt kommt der erste Streamsniper. Z-Max macht Wetten Streamsnap-Video. Hä? Hä, war das Z-Max? Hä Bro, Leute, war das Z-Max, ich muss im Livestream schauen, ich hab's nicht gesehen. Ey, sein Chat hat grad reingeschrieben, dass ich das war. Nein, ey, der Chat verrät mich halt direkt. Ich hab hier auf dem Handy direkt den Chat und die haben einfach reingeschrieben, dass es Z-Max war. Wieso schreiben die rein, dass es Z-Max war, man? Ey, ich bin das nicht, man. Wieso verratet ihr mich hier? Die dürfen mich doch nicht verraten, man. Da stand Z-Max OG. Er hat doch einen Account, der ist und ausgehen OG, ich weiß es nicht. Jetzt denkt er wirklich, dass ich das bin. Jeder schreibt rein, dass ich das war, wow. Okay, zweite Runde. Ey, das macht so sehr Spaß. Diesmal sagt er, wir sollen wieder Frenzy landen. Und die Sache ist, er weiß halt jetzt, dass ich Renegade Raider bin. Er hat schon mal einen Verdacht, weil sein Chat das reingeschrieben hat, okay? Und ich hab jetzt richtig Angst, dass wenn er mich sieht, dass er mich direkt killen wird. Deswegen, ich muss mich jetzt ein bisschen bedeckt halten und ein bisschen außerhalb landen. Direkt eine Waffe holen und die direkt holen, Freunde. Leute, äh, die Waffen gibt ihr mir. Hat jemand Waffen? Ja, besser ist das. Ich stell dich alle mal dorthin. Schnell, finish ihn. Ja, haha. Oh mein Gott. So. Ey, Digga. Digga, was machst du denn? Ey, das ist Z-Max OG. Ey, ist das Z-Max? Was ist das Z-Max? Es möchte Z-Max sein, oder? Hey, Simi macht er mit, Digga. Simi, äh, hä? Sieht er meinen Namen? Ja, er sieht meinen Namen. Ey, Leute, es war sogar Renegade Raider. Ich glaub, er hat gecheckt, dass wir das sind. Oh mein Gott. Alle Scheiben rein, dass ich das bin und dass ich mitmach. Alle Scheiben, ja, ja, er ist das und so. Wir sind aufgeflogen, Jungs. Wir sind aufgeflogen, okay? Ich muss einen anderen Skin nehmen. Ist das Z-Max? Das ist sogar ein Renegade Raider gewesen, Digga, Mann! Schau, schau! Bo, 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 bo. Entschwann dich. Äh, du bist hier jetzt mein Bodyguard, okay? Ja, okay. Ich beschütze dich. Ja, Mann. Ich schmeiß alle Hau. Ja, Bro, alles gut. Äh, nicht jeden umbringen. Ähm, ich sag dir dann immer, wenn du leben lassen sollst, ein wenig. Okay, Leute, ey, Bro. Wo Z-Max, weil der Streamsniper 3 ist gut. Ey, er sagt, ich hab immer Renegade Raider, aber diese Runde hat er gesagt, das Thema ist sportlich, deswegen hab ich ein Fußball-Skin genommen und ey, Leute, das macht so Spaß. Dieser Nervenkitzel, gell? Oh mein Gott, das wird so geil. Diesmal versuche ich richtig mitzumachen und ihn nicht zu killen. Wenn Z-Max jetzt grad da ist, dann Leute, der hat immer Renegade Raider. Deswegen, Leute, bei Renegade Raider, stream-snipe den mal. Alle, alle die Renegade Raider, also, wenn es jemanden gibt mit Renegade Raider, jagt den, verfolgt den, tötet den direkt, wenn ihr Renegade Raider seht. Dann tötet den einfach. Bei Renegade Raider direkt töten. Wir landen wieder Friends hier bei diesem Feld. Also Leute, Renegade Raider wird gejagt. Er sagt, Renegade Raider wird gejagt. Okay, ich bin undercover. Ich bin komplett bedeckt. Ich werde, mir wird nichts passieren. Keiner weiß, dass ich das bin. Also, die wissen alle, dass ich ihn stream-snipe, weil da ist auch mein Name gewesen, Renegade Raider und alles, und die schauen halt alle meine Videos. Sean dachte halt nicht, dass das mein Main-Account ist, aber der Chat hat mich bald verraten. Aber diesmal, ich versuche einfach, den Skin-Contest zu gewinnen und kurz davor werde ich ihn einfach killen. Stell dich alle mal dort hinten in der Reihe auf. Hallo? Hallo? Jemand hat die Waffe genommen. Alles gut, ich hab schon eine Waffe, Bro. Gebt mal alle dort nach hinten. Stell dich alle dort hinten auf. Alle dort hinten aufstellen. Digga! Ey, Mann! Hört, Digga! Hört mich! Man hört mich mal bitte wieder hoch. Ja! Was ist das? Ich soll dich auf Boden legen! Ha? Was? Ey, was machen die? Hört doch auf! Hört mal auf, Mann! Irgendwas ist das Geschmister, Mann! Oh mein Gott, das ist eskaliert! Er wurde einfach gekillt, ich hab nichts gemacht. So, Leute, ganz, ich spiel ganz, ich spiel doch normal, Mann. Ich hab' ich gekillt! Hey! Hey! Nein, 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 nein! Es war so nett! Mein wilde Face-Game, es ist Simi. Es muss Simi sein. Es muss Simi sein. Es muss Simi sein, Digga. Es muss Simi sein. Ich rast sie gleich komplett aus. Es muss Simi sein. Mann. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Dritte Runde hintereinander. Ey, so geil. Einfach dritte Runde hintereinander. Let's go. Dreimal gestreamt. Er hat gar keine Lust mehr. Schaut mal hier. Er hat normalerweise immer so 20, 30 Zuschauer. Jetzt hat er schon 57 Zuschauer. Er rast sie komplett aus. Das ist so geil. Wenn es jetzt nochmal passieren sollte, ich rast komplett aus. Er hat jetzt sogar einen Bodyguard. Aber Bro, der Bodyguard hilft dir nichts, weil du jetzt zum vierten Mal gestreamst ein bist. Aber Simix hat schon mal so ein Video gemacht mit dem Account. Also halt mit Simix OG. Also denkst du, dass das Simix echt ist? Ja. Ey, der eine Typ sagt, dass ich schon mal mit dem Account ein Video gemacht hab. Er verrät mich einfach, du kleine 31er. Ja. Wer hat dich getötet? Ey, dieser fauler Stuhl 922. Der will dich jetzt holen. Pass auf, hol dir lieber eine Waffe. Ja, ich hol mir eine Waffe. Hat der mir eine Waffe für mich? Er versteckt sich dort vorne im Feld. Schaun, komm raus. Ja, let's go, Mann. Nummer 4. Pass auf, da hinten der, ähm, Kaut 911. Der kommt da. Ey, es war Simix, Mann! Es war Simix. Es ist so glaub... Oh, mein Mann, Kuhn. Ey. Digga, ich bin vor Stuhl gefallen, Alter. Er dreht so durch. Ich bin vor Stuhl runtergefallen. Au, ab, oder? Du bist vor Stuhl runtergefallen. Sag mal ruhig, jetzt geh halt jetzt. Was machst du? Ich bin aus Stuhl f***tig jetzt. Au. Au, Digga. Das ist komplett, Leute. Sein Bruder ist auch noch reingekommen. Geil. Er hat sie so weg. Der Arbeiter. Er tut mir schon irgendwo leid, sage ich euch ganz ehrlich. Was ist das, der Besuch? Ist der, wo du gerade live? Nein, der ist nicht live. Oh, Bruder. Jetzt hört mal auf, bei Gott, Digga. Ich schwöre, ich rufe ihn bei Gott. Ich rufe ihn gleich an, Digga. Ich schreibe den jetzt. Wartet mal. Ich schwöre, wenn er mich jetzt holen soll, ich rufe ihn gleich an. Kein Spaß. Er sagt, er ruft mich gleich an und er will mir jetzt schreiben. Ey, ich bin zum fünften Mal hintereinander in seiner Skin-Contest-Runde und er hat es noch nicht einmal anfangen können. Ich wäre schon so sauer, ich hätte schon längst den Stream beendet. Er sagt, er will eins gegen eins. Junge, du wirst so hochgenommen, Alter. Jungs, ich habe einen richtig geilen Plan. Ich komme jetzt mit Helikopter. Ich werde ihn jetzt einfach aus dem Helikopter snipen. Ey, das wird so lustig. Ey, Digga, das wird schon wieder geholt. Von wem? Wer ist das? Why not Airbull? Ich weiß, was das ist. Ich wurde einfach gekillt, aber er wurde auch gekillt. Irgendwann. Irgendwann, der ihn gekillt hat. Egal, ich streamstipe ihn jetzt noch einmal, dann rufe ich ihn an und dann löse ich auf, weil das reicht echt, Mann. Ich habe ihn jetzt fünfmal gestreamstiped. Schaut mal, ich habe einfach sein ganzes Skin-Contest versaut. Die killen sich jetzt einfach alle gegenseitig. Was für sorry, Digga. Unnötig. Ich sage sogar, hört auf damit, Digga. Und die macht weiter. Bro, das regt so auf. Ich beschütze dich jetzt. Oh, besser ist das, Digga. Ich werde die ganze Zeit geholt. Oh, Momo sagt, er wird ihn beschützen. Momo, ich glaube, du kannst ihn aber nicht beschützen, weil die anderen stream-snipen jetzt, glaube ich, auch. Und die Sache ist halt, ich glaube, er wird gleich ausrasten. Er wird gleich so richtig durchdrehen. Man merkt es ihm an. Und schaut mal, stellt euch vor, ihr streamt schon fast eine Stunde lang und es hat noch nicht eine einzige Runde geklappt. Nicht eine einzige. Schaut mal, ich gehe schon mal in die Menge, dass jeder weiß, hier, Renegade Raider. Jungs, ich bin am Start. Denkst du, ist das Z-Max oder ist das irgendein Fake oder so? Bro, ich denke, das ist Z-Max, weil das ist ein Account, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Weil ich weiß, warum ich nicht anrufen will, weil am Ende ich ruf ihn an und der ist das gar nicht, verstehst du? Sorry, Bro, Momo, ich muss sagen, dass ich Frenzy gehe. Weil, Bro, ich habe keinen Bock auf Streamsniper. Alle die richtig Dingsspielen, Skincontest, kommen alle jetzt, Zolti. Er denkt, er kann mich hochnehmen, ich habe doch ganz genau gesehen, dass du Zolti landest. Weil, wenn das Zimi sein sollte, Bro, dann habe ich gesagt, dann weißt du, oh, 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 oh. Du weißt jetzt nicht, ich bin. Ja, ich werde jetzt in den Rücken geschossen. Ey, nein, nein, es ist, es ist Renegade Raider. Z-Max, ich töte mich bei dir, Z-Max ist ein Frenzy, Lollis. Er ist weit. Ja, ich habe ihn. Nein. Nein, nein, komm, schnell. Komm, schnell. Scheinlich. Ein, einer machte sogar diesen, diesen Fake-Roser-Dance, den ich will den Normalen hat er, Digger. Es hat nicht mal den Normalen. Digger. Ja, ja, hui, hui. Ich habe ihn. Let's go, alter. Er dreht so durch. Ey, er hat mich gespitzackt. Nein, das war es komplett mit meiner Ehre. Ey, Junge, das war es komplett mit meiner Ehre. Digga, aber ich habe zuerst ein Stream-Snipe. Ich rufe den jetzt an. Ich rufe den von ganzen Leuten an. Warte, jetzt. Ich rufe den jetzt an. Wenn das da ist, ich rass dir komplett aus. Er will mich anrufen, Freunde. Er will mich anrufen. Nein. Leute, schaut mal hier. Einfach schauen. Was meinst du denn? Hä, was meinst du? Von was redest du denn? Was für Stream-Snipe? Huch. Ey, bro. Ey, er hat keinen Müll. Du schützt euch nicht. Bruder, Bruder, wo ist los? Das war es komplett. Ey, macht Skin-Contest eigentlich Spaß? Bruder, ey, ruhig hier. Das machst du. Ey, Bruder, das ist doch übelgeil, man. Skin-Contest, Digger. Richtig geil, Bruder. Direkt nächste Runde. Ich rufe den jetzt anrufen. Bruder, Bruder, direkt nächste Runde, ey. Was ist das, was du kommst? Eins gegen eins vor allen, meinen Zuschauern. Was? Du willst eins gegen eins? Ich komm eins gegen eins. Echt? Willst du dir das wirklich anziehen? Ich bin schlecht. Ja, du bist schlecht. Bruder, schreib mir deinen Epic-Namen. Ich äb dich, dann machen wir eins gegen eins. Ja, komm, jetzt komm, Digger. Ja, okay, bis gleich. Ich sieh mir, Digger. Wenn du mich doch ein einziges Mal stream-snappen sollst, Digger, dann raste ich hier komplett aus. Sogar mein Stuhl ist wegen dir kaputt gegangen, Junge. Bruder, weißt du, war dieses letzte Mal created? War 1980. Ja, 1980, finde ich, war jetzt created 1934. Alter, er baut mich runter, wie lustig. Peter Lustig, Peter Lustig, oder was? Ja, Bruder. Bumm, komm. 1-0, 1-0. Egal, ich will bis 3, Leute, dass passiert. Das war, weil ich direkt runtergefallen bin. Vertraut mir, sonst hole ich ihn. Bis wie viel machen wir? Bis 3, oder? Komm, komm, komm. Komm zu Poppy. Komm zu Sean Whitey. Bruder, lass einfach bis 2 machen, okay? Wer hat zuerst 2 Mal gewinnt? Du wirst du hier jetzt versuchen. Okay, wer hat zuerst 2 Mal gewinnt? Okay, wer hat zuerst 2 Mal gewinnt? Du wirst du hier jetzt versuchen. 1-3 für den Chat. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, er hat runtergefallen. Aber nicht ganz drüber. Eee, ich fettfinger. Fettfinger, Sean, I'm in den Chat. Oh, du bist so schlecht. Was labest du? Ich bin besser wie du. Das ist Vorführeffekt. Ding, mein Stil. Okay, Bruder, du wolltest nicht nur gestreamt seinst, oder hast du auch noch das 1 gegen 1 verloren, Bruder. Egal, auf jeden Fall, das war's mit dem Skin Contest Livestream-Video. Macht auf jeden Fall bei Sean die 10.000 Abos fallen als Entschuldigung. Bruder, es tut mir echt leid, man. Ich wollte dein Stream nicht vermasseln. Ey, und Freunde, macht jetzt alle richtig gescheit mit bei seinem Skin Contest. Und, Bro, die 50 Euro Preisgeld, die du machst, die zahle ich, okay? Also, Entschuldigung. Schwer? Ich mach, Bruder. Ey, was ist denn ehgermann, er zahlt die 50 Euro Preisgeld. Habt ihr das Geld, bitte? Ja, Freunde. 50 Euro Preisgeld. Ja, Bruder. Ey, ich zahle ehgermann. Schaut, wie gesagt, auf Sean seinem Kanal vorbei. Neben meinem Kopf werden euch die letzten Videos angezeigt. 20.000 Likes, da machen wir mehr davon. Das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus, euer Simax und tschüss.